Sie haben ja viele Auftritte gehabt, dann wäre meine Frage vielleicht auch eine undankenswerte Rolle übernehmen müssen. Man hat es ja, wenn ich das sagen darf, vielleicht auch gemerkt bei Ihnen beim Auftritt in der Sendung Maischberger, wo irgendwie nochmal klar wurde, man kann da zwar sitzen und versuchen bestimmte Themen zu setzen, aber wenn die Aufstellung, die Argumentation der ganzen Sendung so ist, dass man da eine Gelegenheit zu hat, dann sind die Rollen da eigentlich auch klar verteilt. Also ist das ein bisschen undankenswerte Rolle auch gewesen? Nein, undankenswerte Rolle nicht, aber vieles, was ich ja mitbekommen habe im Studio, konnten die Fernsehzuschauer gar nicht sehen und solche Sendungen verlieren ihren Sinn, wenn sie einen Gast wie Frau Dittwucht haben, der permanent dazwischen Quatsch, dummes Zeug redet, dann auch den neben ihr sitzenden Polizisten Lenders in wirklich übler Weise angeht, wenn man gar nicht das Gefühl hat, es geht um einen sachlichen Austausch von Argumenten, sondern mehr um Polemik und da bin ich die völlig falsche Besetzung. Wettbewerb 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 Wettbewerb